Hallo, ich habe ja gesagt, ich komme auch noch mal zu den Gesten in einem separaten Video. Ihr seht schon im Hintergrund die neuen Gesten, die es so zu kaufen gibt. Diesmal finde ich sie nicht so cool, wie sie sonst sind. Lediglich der I don't know, der wird relativ am Ende kommen. Gefällt mir ganz gut. Mich würde mal interessieren, welche Geste ihr euch gegebenenfalls holt oder welche ihr relativ cool findet. Ab in die Kommentare damit und ansonsten würde ich erst mal sagen, von meiner Seite war es das und wir sehen uns das nächste Mal. Ciao! 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 Untertitelung des ZDF, 2020